Oh, Leute, was ist das? Oh, Mann, Alter, ist das wieder laut hier. Junge, was geht? Willkommen zu einer Reiterung mit dem Salzbuben. Mit dabei ist heute der liebe Hand of Blood. Hallo, grüß euch. Oh, du hörst dich echt anders an, Alter. Jay von Pete's Meets. Ja, gut, dass du nichts sagst. Jetzt muss jetzt Dalu jetzt Hallo sagen. Ach, Mann, Jay, komm, hör doch auf, du hast das Prinzip nie verstanden. Und der liebe Dalu, Kass. Deine Mutter hat das Prinzip nie verstanden. So, Leute, Salzbuben, wir haben heute den Schmocki dabei, weil Hand of Blood irgendwie in der Business-Class zurückfliegen musste aus L.A. Und dann kennen die ihn, Alter, abgehoben, wie er ist. Ganz kurz im Prinzip der Salzbuben, meine Facecam ist stocken geblieben. Thomas, brauche eine andere Speicherkarte, Mann. Ich will auch jemanden haben, der eine schöne Speicherkarte bei der Facecam legt. Du bist entlassen. Keine Sorge, der kann das ab. Oh Gott, der hat sich einen Strick gemacht. Ganz kurz, die Salzbuben, was ist unser Format? Genau, wir sind einfach nur extrem Scheiße im Game und gehen immer nach Saltisprings. Das sind wir, juhu. Okay, ich würde sagen, raus, Jungs, oder? Ich bin gerade schon um die Seite. Wir sollten Wewe helfen, der ist sehr weit weg. Ich habe zwei Salben. Drei Salben. Ich korrigiere mich. Drei Salben und ein LMG. Da kommt noch eine Salbenwaffe. Komm schon. Ah, vier Salben. Ich habe vier Salben. Schmock, hier hast du eine Waffe. Ich habe eine Waffe, ja. Hier ist einer in dem ganz kleinen Häuschen, ist der drin. Ja, Mann! Ich habe ein C4. Oder ist das deins? Nein, ich mache die Taule C4 an. Nein, der ist unten raus. Nein! Oh Gott, vor mir, vor mir, vor mir. Ich habe 9 AP, ich habe 9 AP. 15, einer close bei uns. Tankstelle. Dann bomb. Was ist denn, was ist denn, was ist da? Alles da. Noch im Niveau selbst drin. Springt er noch rum. Der kommt jetzt mit die Mauer gehübt. Leute! Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Ich komme! Oh, der wurde one-shotted. Das ist eine Single-Pump-Larik. Können wir hier wieder rausgehen? Ich mag das hier nicht. Du magst das Tier nicht? Ja, genau. Oh, lustig! Dreh wie heute ein Feuer, Digger. Dann geh ich vergraben. Nee, Jay. Nee, 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 komm. Gegner, Gegner! Riech, 75, unaufwerk. Der eine steht offen. Nicht vollsteigen! Der eine von mir hat zwei Hits bekommen. Da sind ganz viele oben drauf. Jetzt drei Stübel gelasert. Ich kann nichts bauen, Alter. Abpusht. Einer down. Der ist zwischen euch gewesen. Ich habe U-low. Ich habe U-low. Kommt noch einer reingepusht. Ist auch low. Wieder down. Jetzt nach oben. Ich bin down. Er kann mich finischen. Jetzt nicht mehr. Ich habe einen von denen habe ich down. Sieh durch. Oben auf dem Werk. Ganz oben bei 30. Baut jetzt hoch. Wenn du down gehen solltest, kann ich dich nicht zu bauen. Hab ihn, hab ihn. Sehr gut. Oh, danke. Jetzt kannst du aber, ne? Ich muss mir hier nur matzen. Leute. Wir werden beschossen, Leute. Okay, lass uns einfach gehen. Lass uns echt mal raus aus dem Dreckskrater. Ja, wir müssen, wir müssen kommen. Hop Rocks, Hop Rocks und dann jö. Dann müssen wir los. Hättet ihr noch zwei Bandagen? Da! Nehmen die mal mit. Scheiße. Boah, wo kam der denn her, Alter? Schmocki, wo kam der her? Keine Ahnung, der hat da die ganze Zeit gegammelt. Plötzlich stand er vor mir, Alter. Plötzlich stand er vor mir. Wir müssen jetzt ganz dringend in die Zone, Leute. Weil ich wird kritisch, ja. Ich wird kritisch. Hat jemand von euch Rocket Munition? Wenn ja, wie viele? Ich droppe mal zwei. Ja, ich habe null. Hier, 105, 120. Da sind es, sind da nur 200 Meter circa weg. Vierer Team. Da könnte man ja snipen, ne? Einer ist sowas von down. Der ist sowas von down. Beautiful. Soll ich mal ganz was bei denen draufhalten hier auf den Tor? Kommen wir auf, da halten wir mal kurz rein. Wir wissen gar nicht, wo es ist. Wo wir sind. Das sind alles Handys, glaube ich. Ich habe einen, einen richtig fetten Hit gegeben. Oh, und der schießt gar nicht zurück. Weil der auch der Räder gekriegt hat. Ich hau's runter mit vier. Das ist mein Granatwerfer. Also, alles easy. Da kommen Gegner gepusht. 165, close. Direkt vorm Eingang der Höhle. Direkt vorm Eingang der Höhle. Was? Minigun hinter uns. Hat übel passiert. Kein Schubel, kein Schubel. Ist low. Ich auch. Hab ihn. Ich habe 5 HP. Hab den anderen. Oh mein Gott, Alter. Was ist los, Digga? Ich habe 8 Kills. Ja, schön. Ich beschwere mich nicht. Vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Da kommt noch wer. Noch einer? Minigun. Jawohl. Hier kommt noch wer, der nächste. Ich habe Bandagen, Bandagen. Kommt her. Bei mir direkt close. Ist runtergefallen. Unten. Ja, tot. Sehr schön, Jungs. Oh mein Gott, Alter. Was für eine Glattrasur hier, hä? Sagen wir mal hier bei Battlefields in der Mitte. Gegner, Gegner. Hier, 210 auf dem Tauer. Hier liegt ein Fußball. Wer hat den Fußball hier hingebracht? Hier ist er im Oktober. Hast du die mal gesehen, Jey? Ja, die sind 2 Stücks da drin. Jungs, ich mache jetzt auf. Im unteren Bereich sind die. Unten im Boden. Da sind sie, Leute, bei Schmocki jetzt. Gucken, dass wir nicht von der Seite oder sowas gerusht werden. Das sind nicht alle, ne? Es leben noch 11 Leute. Oh, Schmocki, du bist eingebaut. Ich versuch, dir zu helfen. Los, rettet Schmocki. Nein. Digga, aber ich gebe ihm 130er. 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 Habt ihr, Boys. Ich habe mit der Nate getroffen. Der muss low sein. Der, der drin ist Ulo. Einer ist tot. Dann drauf. Er war one hit. Hey, wer hat mir jetzt eigentlich den... Ach, das war Dalu mal wieder. Den Kühl geklaut. Ja, 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 ja. Ich glaube, dass sie gar nicht... Da vor mir Gegner, vor mir Gegner, vor mir Gegner direkt. Oh mein Gott, komplettes Team. Einer down. Dalu, sehr schön, Alter. Von mir einer. Einer hat drei hits. Das hat hier nichts treffen, Mann. Das will ich verarschen. Ja. Ja. Alterlich. Alter, stark, stark. Der hat doch keinen Bullet Drop, oder? Die Thermalwaffe. Nein. Das war mit Winnetou. Hat er gerade auch wirklich so ein Harding gesehen. Hat er einen Armini-Shield-Stack? Nordosten. Nordosten. Bauen gerade sich zu irgendeinem... Weiß ich nicht, wohin sie bauen wollen. Hinter dir ist er. Nein, Rejay in meinem Kino bringen. Das können wir nicht zulassen. Nee, machen wir nicht. Komm. Ja, also von den Kills her, kann sich sehen lassen, Dalu, oder? Ich habe nicht mehr Escape drücken. Wer hat die dir jetzt? Die hatte zehn, habe ich bei einem gesehen. Ich hatte zehn, Dalu elf, du drei und Schmocki vier. Ich habe Plzern. Ähm, nice. Also, schau mal, hängen wir noch einen hinten dran. Also, ne? Bei mir in dem blauen Haus in der Superhelden-Basis sind drei Party-People. Und ich versuche jetzt, hier hinwegzukommen. Nee, nee, komm mal nicht zu mir. Ich hau ab. Nein, ich helfe dir. Ich habe nicht mal eine Waffe, hey, so helfen ist es nicht. Ach so. Aber ich würde sagen, wir gehen da jetzt trotzdem rein, Dalu. Wir haben jetzt endlich mal Action hier in Salty. Hier im Runden-Wacksteinhaus, ne? Richtig viel. Oh nein, er schießt mich schon ab vom Dach. Dalu, passt er. Der nicht. Dankeschön. Du geht. Jungs, hier vorne bei 105, ne? Ganzes Team. Kommt jetzt auf uns zu. Aber war denn hier ein komplettes Team? Du liegst ja. Hä, da war ein komplettes Team. Wirklich. Sind die alle tot? Keine Ahnung. Hier bei mir? Hier ist doch keiner. Hä? Ich weiß nicht. Ich meine aber auch die ganze Zeit, die will nicht zu hören. Na, Jungs, irgendwie, ich weiß nicht. Also Salty ist auch nicht mehr das, was mal war, ne? Das mal wieder Dusty. Ja. Ich würde sagen, ganz ehrlich, hier jetzt in Dusty, da müssen Gegner drin sein. Also ich. Ja. Die Engelhörer sind aber zu zweit, weil die anderen beiden nicht nach Dusty gelaufen sind. Vor dem Gegner. Viele sind. Knocked. Seine Mates kommen von da hinten. Der eine hat Unterschied. Da sind aber noch zwei. Noch einen down? Siehst du den anderen noch? Der muss da hinten links irgendwo sein. Habt ihr noch irgendwie ein bisschen Loot zum Abgrabbeln? Komm, hör mal da auf. Ja, ist krass hier, ne? Gibt da gut schon aufgeräumt. Wieder Tilti oder was? Ja, irgendwas in die Richtung. Vor uns NW war halt ein Gegner. Siehst du ihn da vorne laufen, Dalu? Ja. Ja, gleich am Fluss. Ja, ja. Er gibt auf. Hab ihn. 100 Meter mit da. Hä, aber der haut ja nicht mal eine Wand. Ey Jungs, lass jetzt schnell rüber gehen. Wir machen diese Challenge. Kommt, auf geht's. Ja, schau mal mal. Vielleicht findest du ja wen. Ja, Jay, komm. Jetzt sei mal nicht hier der Undimate, der jetzt hier kneift. Ich will aber nicht tanzen. Jay, du machst das so gut. Auf geht's, in den Club. Kommt. Du musst da auch dann da draufstellen. Warum geht das nicht? Ja, weil ich tanzen muss. Du tanzt nicht, Dalu. Yeah. Wuhu. Nice. Nice. Dankeschön. Da haben wir wieder geschossen. Über uns. Hab ne Sticky am Kopf. Hab ihn down? Bruder, kill me on weapon. Kill you. Guter ist Garstil hier. Na bitte? Oh, da ist einer Klaus. Da ist einer Klaus. Ich sag aber nicht, wo der ist. Ich will eigentlich einen Kill haben. Man! Hinter uns. Von oben. Jungs, bitte. Ich hasse euch alle. Hat jemand noch ein bisschen... Ich bitte wenigstens paar Shotgun-Schuss. Jay. Jungs, bitte. Ich brauch unbedingt Matzi. Ich brauch Matzi. Ich brauch Matzi. Ich brauch Matzi. Ich brauch Matzi. Wisst ihr denn? Er kommt runter. Ich helfe nach. Schade. Ja, bau mal gegen, ey. Gönn dir. Hände links am Dänerhaus. N-O. Was ist denn da für Dänerhaus? Äh, 1000, was aussieht wie von so einem Bonzen. Peter Fox meint er. Ja, haben wir doch den Kill. Ah, endlich. Zack und der nächste. Und der nächste. Zack. Zack. Wo sind die denn noch? Auseinandergenommen, würde ich sagen. Sehr gut, Team. Habt ihr gesehen, wie wir uns aufgeteilt haben, Alter? Man, 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 man. Intuitiv bin ich von der anderen Seite gekommen, Jungs. Das war aber auch echt geskillt von mir, muss ich sagen. Ja, war in Ordnung. Hier ist noch ein Skafe jemand, wenn jemand möchte. Nein, nein, Jay. So, was war mit... Bruder, hier, von Südosten, Osten schießen die auf da so eine andere Crackhöhle. Ach, Mensch. Hier, die sind unten im Dingens drin. Das ist doch der Blockbuster, oder nicht? Also. Hab einen dauernd. Das ist er. Hä, was geht denn bei euch? Ja, Mann. Wuuu. Ja, bei mir ist das letzte Team. Jump it. Hat jetzt noch wer? Ja, geil. Wo denn? Er schießt schön auf Dalu, das ist gut. Oh, oh. Was ist der andere? Da oben im Turm. Er kommt. Er wollte noch ein Kilo. Oh, Mann. Ja, war gut. Ja. Stark, Leute. Ich hab die meisten Kills mit Spocky. Wuhu. Easy. Ja, hab aber auch erst... Ich kann auch einfach nur so eine Minutenfolge hochladen. Ich hab vier Wins in Folge, Jungs. Vier. Ja, easy, oder? Normal. Wer hat an der Uhr gedreht? John Cena. Ja, wie soll ich ihn verstehen? Vielen Dank.